Musik Nicht mehr alle Tassen im Schrank Bärbel hatte einige Tassen aus Porzellan mit einem goldenen Rand. Ihre Mutter hatte sie ihr geschenkt, als Aussteuer. Aber im Laufe der Zeit sind einige Tassen kaputt gegangen. Bärbel schimpfte, Mist, nun habe ich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Auf meine letzten drei Tassen werde ich besonders aufpassen, denn die Tassen waren ihr sehr viel wert. Sie erinnerten sie an ihre Mutter. Bärbel sagte, aller guten Dinge sind drei. Wenigstens habe ich noch drei Tassen. Aber eines Tages passierte es doch. Bärbel hatte zwei Tassen in der Hand und hoppla, sie stolperte und die Tassen fielen auf den Boden und zerbrachen. Oh nein! Bärbel schluckte, jetzt habe ich nur noch eine Tasse. Immer wenn Bärbel diese Tasse anschaute, wurde sie traurig. Und sie sah die Tasse jeden Tag. Weil sie aber nicht jeden Tag traurig sein wollte, beschloss sie, jetzt schenke ich diese Tasse meiner Freundin. Bärbis Freundin lächelte. Das finde ich toll. Ich werde jedes Mal an dich denken, wenn ich daraus trinke. Und dann werde ich mich immer freuen, dass es dich gibt. Bärbel schluckte, jetzt habe ich noch eine Tasse. Vielen Dank.